Meine letzte, aber auch vielleicht beste Zubehörbestellung bei GoPro Plus war die GoPro Jaws Flex Clamp. Die habe ich mir schon öfter angeschaut und immer mal wieder überlegt und dann doch zugeschlagen. Erhofft habe ich mir eine platzsparende Stativalternative. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Im Inneren befindet sich zum einen der Hals, der wahlweise auf die Flex Clamp gesetzt werden kann. Hierfür findet sich die passende Einlassung an der Clamp selbst sowie am Boden des Halses. Das Hauptaugenmerk ist natürlich die Clamp selbst. Diese kommt durchaus massiv und robust daher und macht einen guten Eindruck. Finger will man da sicher nicht zwischenstecken. Der Hals kann an die Oberseite der Clamp gesteckt werden und dann ist man eigentlich auch schon good to go. Besagter Hals kann beliebig gebogen und das Bild somit angepasst werden. Was noch fehlt, ist die GoPro. Die kommt auf den passenden Mount, der entweder mit oder ohne Hals befestigt werden kann. An dieser Stelle nochmal viel Liebe für die Füße der GoPro Hero 8. Ist beides verbunden, kann die Flex Clamp überall drangesteckt werden, wo es mir beliebt. Damit lassen sich im Alltag durchaus interessante Perspektiven gestalten. Klar, man ist nicht so frei wie beispielsweise bei einem Stativ, aber am Ende dieser sportlichen Aktivität hing die GoPro beispielsweise an einem Ast. Dank dem guten Bildstabilisator der GoPro Hero 8 war diese Aufnahme, wenn auch gekürzt, im Review gut einsetzbar. Insgesamt verwende ich die Flex Clamp nun zum einen sehr gerne und zum anderen auch immer mal wieder. Für schöne Aufnahmen muss man durchaus mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Und das hat noch nie geschadet. Wenn der Bildausschnitt am Ende dann doch nicht hundertprozentig passt, kann man ihn immer noch in der Postproduktion anpassen. Die Veränderung geht jedenfalls dann, wenn man sich genug Spielraum auch in Sachen Auflösung gelassen hat. Ich verwende die GoPro Flex Clamp jedenfalls sehr gerne und kann sie für kleine Szenen im Außenbereich nur empfehlen. Ihr habt noch Fragen zur Flex Clamp? Dann ab damit in die Comments. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.